Pistazien... Ja, da sind wir wieder zurück. Ja, was für eine Hammer-Mörder-geile Einleitung. Ja, voller Emotionen. Das hat mich total geflasht, muss ich sagen. Ja, ich weiß. Würde mich wundern, wenn es nicht geflasht hat. Und emotional im tiefsten Inneren berührt. Hattest du mich auch? Aua, ich hab mir wehgetan. Hast du? Ich hab mir wehgetan. Verdient! Oh, da oben ist noch eine Rune, will ich natürlich haben. Verdammte Scheiße. Warte mal. Eine Kraftausdrücke hier, verstehst du? Ich kraftausdrücke mich, wie ich mich kraftausdrücken will. Ja, genau. Alter, was hier alles ist. Wahnsinn. Ich hab mir einen Wahlöl-Tank. Ein... Irgendwas. Oh, fack mich nicht ab. Nein, geht nicht. Gut. Dann geben nicht. Ach, das ist doch Shit. Das ist hoffentlich kein Scherz. Ja, das denke ich auch gerade. Und? Oh, ups. Welche eigentlich nicht? Also der Vorteil bei mir ist, wenn... Wenn welche... Wenn welche bei mir sterben, dann sterben sie richtig. Es war so, dass sie nicht mehr aufzufinden sind. Praktisch. Also auch diese Ene-Fähigkeit, ja. Ja, ich hab's jetzt aber komplett auch so, egal wie ich sie fühlte, sie verschwunden. Ach, ist doch schön. Ja. Schlüssel zum Scherz. Ich hab's gar keinen Plan, wo ich langlaufe. Oi. Nein. Ich lauf einfach. Ja, geh mir gerade nicht an, Janos. So hilft mir doch jemand. Mann, halt die Fresse. Okay. Äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, so eine komische... Äh... Dienerin hat sich gerade selbst umgebracht. Oder ich hab sie so komisch geschubst, dass sie gestorben ist. Das war sehr... Natürlich. Äh, alles gut möglich sein. Ja. Äh, wo war denn jetzt der Schutzraum? Komm mal, halt da hinten. Ach, Quatsch. Ich fährt doch gar nicht schnell. Der war doch anders. Hier, genau. Schatz, oder? Hooray. In den Dunwall Tower. Hippie. Ja. Und das hier ist völlig... Vielleicht irgendwo ein Geheimgang an der Seite. Oh nein, warum muss ich ihm das bringen? Er ist harmlos, solange du nicht vorgesehen bist zur Hinrichtung oder zum Verhör. Er ist so seltsam. Arbeitet immer an geheimen Dingen. Ist ein brutaler Hund. Vertrau mir. Er ist zahm wie ein Lamm. Ich stelle dem Verhörter meines Heimbesuch ab. Aber jetzt bin ich hier. Nomm, 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 nomm. Alter, alles voll der Wachen hier, ey. Jetzt doch nochmal. Ja. Du kommst doch gar nicht durch, ohne die zu töten. Also wenn du jetzt... Ähm... Doch, doch. Durch ein paar kommt man. Also ein paar. Ah, aber nicht alle. Hilfe, letzter. Das ist jetzt 44 Meter. Viel zu auffällig. 44 Meter entfernt, dann müsstest du eigentlich... Ich hab ja noch ein paar Betäubung-Pfeile. Ich werde jetzt einfach mich hier ein bisschen bei-snipern. Mit der Wunschweil. Ja, das hab ich auch versucht und es hat gut geklappt. Oh nein! Kann mir denn niemand helfen? Schau mal stehen! Äh. Ab in die Ecke geschmissen. Oh, ein bisschen müde anscheinend. Ja, ein bisschen süd. So, wo war jetzt der? Äh, da unten. Als Alarm? Nein, nicht Alarm. Alarm ist scheiße. Äh. Ach, du! Olle Bumsnutte, siehst du ja nicht. Was für... Tatsache, den... Oh, jetzt gehen alle an hier, Alter. So eine Kacke. Oh, was tue ich denn jetzt? Oh, ne Scheißidee, ey. Samte Hacke. Ah, warte mal. Ich habe ja noch... Die habe ich ja noch. Hahaha. Los, meine Ratten! Töten ihn! Töten ihn! Wohahaha. Mehr davon! Mehr davon! Mehr davon! Stürb, du Absturm! Stürb, stirb, stirb, stirb! Diese alle schreien! Hahaha. Oh, hallo? Ob ihr mal sterben könnt vielleicht? Kannst du nicht... Genau, erschießt euch mal gegenseitig. Finde ich gut. Keto! Mal. Hey! Du bist in den Korvo. Inmitten der hohen Festung seines Feindes. Was für ein beeindruckendes Bild du auf deinem Weg zum Lord Regenten abgibst. Wie wirst du seine Herrschaft beenden? Mit Blut oder mit der Wahrheit? Oh, ich drücke mal die Feindes. Das ist einfach zu ihm zu gelangen. Hm, die Wache kann ich nicht übernehmen. Ist doch scheiße. Instoß? Gucken, was der bringt. Wie heißt es würde die Lage heute sein? Ist es nur Rache, die du suchst, oder... Oh, toll, jetzt haben die mich gesehen. Fuck. Willst du wiederherstellen... Oh, eine Scheißidee. Gerechtigkeit und die Krönung einer neuen Kaiserin? Oder wirst du alle ins große Nichts reißen? Wie auch immer. Ich erwarte ein großes Spektakel. So, wieder ein neues Gespräch mit dem Outsider gehabt. Ich muss immer nach dem beschissenen Schlüssel für die Senderzentrale finden. So, haben wir mal aufgeräumt ein bisschen. Hat es vor neulweilen gedauert? Egal. Oh nein, da sind noch einer. Oh, noch zwei. Oh, das gibt es ja gar nicht. Nimm mal die alle her. Die Frage... Also die größte Frage frage ich mich gerade... Gerade, was haben die hier gesagt? Nein, nicht den Alarm. Ich würde den Alarm entschalten, mein so schlödes Arschloch. Reicht jetzt bitte? Ja, wo finde ich diesen beschissenen... äh... Schlüssel. Glaube nicht. Wer hat es da ist? Oh, ey. Da mache ich mich mit so viel auf für einen Tod, ja. Und dann haben die nicht mal den Anstand, mir hier was ordentliches liegen zu lassen. Na, das ist doch Wahnsinn, ey. Hält mir doch spontan ein. Ich glaube, ich habe draußen ein paar Runen vergessen, kann das sein? Boom, Headshot. Boom, Headshot. Alter, aber jetzt ja. Schmeiz, ey, nur Frambo. Oh, halte Freude. Gut. Da, um aktivieren. Ah, nee. In your face. Oh, ist hier mit ihm ein Kriss? Oh Gott, nee. Ach, komm los, Blutischo. Dich. Nimm das, hab ich dich. Zieht auf die Beine. Hier, hier, irgendwer. Wenn ich jetzt wüsste, ob ich drau... die... da draußen und außerhalb der Anwalt raus... ne? Unsinn, ja. So, ich habe Schlüssel zum Schutzhorden. Da oben. Oh, das ist immer da oben. Los. Na, stellen wir einfach mal hinten den. Uaaaaaah. In your face. du wirst bluten schwein ich mache jetzt das was ich das ganze Spiel über kommen gemacht habe einfach nur rumlaufen und Leute erschießen ich laufe jetzt einfach nur rum und erschießt die Leute scheiß auf schleichen oder so das ist mir jetzt kackegeal ja ich ignoriere es auch total also ja gerade leckt mich doch alle am Arschmodus ja und ich werde jetzt einfach einfach ganz hart zu sagen alle so abfucken können mich alle mal ich bin ja gerade wütend ein bisschen im Rage Modus aber sowas von ja weil ich auch gerade total geraged bestimmt yeah besser als im Rape Modus ja ich habe eine Rune gefunden ohne dass ich überhaupt gesucht habe ja das ist cool ja jetzt ist eigentlich zu dem Foltertypen ja zu dem da kommst du musst einfach rechts runter links durch die Mitte oh nein ich habe schon mal die Taste gedrückt das gibt es doch gar nicht echt da ist kacke gerade dach hihihi kacke oh mein ey wozu soll ich eigentlich noch die ganzen Krempel hier sammeln wenn das jetzt sowieso vermutlich Ende des Spiels ist ja warum soll ich dann noch was sammeln was mir Geld bringt ja eigentlich unnütz bisschen ja aber aus irgendeinem Grund tue ich es trotzdem einfach nur weil du es kannst so ja vermutlich das ist ja kacke boah ich höre eine Rune wohl da unten da 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 oh ich habe nur einen Schuss ich wüsste gerade gar nicht wie viele Schüsse ich überhaupt noch habe sehr viele dürfen es auch nicht mehr sein hier ist der Foltertype ja ihn schon ähh naja ja auf irgendwie töten oh ha 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 über ganz Dunwall wurde eine Walöl-Ausgabe-Sperre erlassen jeder Bürger ist dazu aus meiner Ratten töten bei dem komischen Dreck gegen Gott zur Stadtwache zu bringen auf das Verbrennen von Walöl steht eine Freiheitsstrafe diese Nachricht ist eine Anordnung des Lord Regents bitte tun sie mir nichts aus welchem Grund wow er macht Aufzeichnungen mit dem Audiographen Geheimnisse die sein Ende wären würden andere sie hören über die Sendeanlage abgespielt während seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören und er wäre ruiniert die Audiographkarte die sie brauchen ist der eine Schiff der Zimmer des Lord Regents aber ich konnte über seine Schulter schreien jetzt kriege ich bestimmte Cutscene 935 vertrauen sie mir die Aufnahmen auf dieser Karte werden ihnen erledigen viel Erfolg 1 2 4 2 5 Boah, boah, boah. Pah, ja. Oha! Achso, hab ich auch nicht, stimmt ja. Ja... Was wollte mir der Outsider nicht sagen? Wissen ich. Ich weiß bloß 1-9-3-5. Was? 1-9-3-5. Soll was sein? Wirst du sehen, wenn du soweit bist. Achso. Hochzorn, Sendezentrale. Wie kommen wir dahin? Na 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 na. Da befindet sich über mir eine Rune. Wo ist denn der Typ hin? Weg. Die Erklärung ist ganz einfach. Es war nicht mein Fehler. Mein Plan zur Ausmerzung der Armen hätte uns von diesen Schmarotzern befreit, die ihre Tage in Schmutz und Suff verbringen, obdachlos und ohne Arbeit, um Geld bettelnd, für das unsereins Haar schuften muss. Und der Plan war einfach, die infizierten Ratten vom pandesianischen Kontinent zu holen. Und sie auf die Armen loszulassen. Der Plan funktionierte ausgezeichnet. Anfangs. Doch die Ratten entwickelten ein Eindruck, eure Waffen niederzulegen. Sie versteckten sich vor den Rattenfängern und vermehrten sich alarmieren schnell. Bald spielte der Stand keine Rolle mehr. Ich mache euch reich, wenn ihr mich nur krank, ich bitte euch. Die Kaiserin beauftragte mich herauszufinden, ob eine fremde Macht hinter der Rattenfläche steckte. Ich wusste, die Wahrheit würde herauskommen. Es gab keinen anderen Weg, als sie zu beseitigen und selbst die Macht zu übernehmen. Sie musste sterben. Sie musste einfach sterben. Eine Kaiserin zu töten ist kein leichtes Unterfangen. Aber so konnte ich die Seuche mit uneingeschränkter Macht angehen. Quarantäne, Abschiebung der Kranken. Aber es gibt immer eine törichte Mutter, die nach ihrem verlorenen Kind sucht. Oder einen tumpen Arbeiter, der seine verschwundene Frau vermisst. Und dann wird die Quarantäne gebrochen. Aber mein Plan hätte doch funktioniert. Er wäre aufgegangen. Wenn nur jeder die Befehle befolgt hätte. Ich wünsche mir, dass der Beleid-Boraten zur Seite stehen. Er wüsste, was zu tun wäre. Wo könnte er nur hin sein? Er ist gleich nach Colbridge verschwunden. Scheiße. Wenn jemand sie festhält, warum meldet er sich dann nicht? Es sei denn, es hat damit zu tun. Ach, geliebtes Kind. Boah, das war so klar. Also. Dann. Die Zeit ist abgelaufen und ich bin schon wieder ganz weit hinten. Weil ich habe schon wieder vergessen zu speichern. Ich bin schon wieder eigentlich ziemlich am Anfang, kurz nachdem er bei Samuel aus dem Boot gestiegen ist. Nein, das ist nicht so. Ich werde das jetzt, also scheiße, ich werde jetzt erstmal, damit die nächste Folge nicht wird, ich werde jetzt erstmal offscreen mich wieder kämpfen, bis dahin, wo ich eben gestorben bin. Bei mir wäre es doof, wenn ich jetzt so lange warten müsste. Weil ich bin gleich fertig. Egal, du wartest. So, wir machen jetzt aber erstmal stopp, vielleicht schon 19 Minuten, und das wird viel zu nennen. Aber egal. Bis zur nächsten Folge. Hoffentlich vielleicht sogar die finale Episode. Bleib gespannt. Tschüss. Genau.